Und da sitzt auch ein Automat drin. Ach, wie schön. Daran sieht man, dass das von Hans gebaut ist. War das jetzt hier, als ich da hochgegangen bin? Ja, gut. Dann mal zur anderen Seite. Wir brauchen einen Schlüssel. Ich wüsste sonst auch gar nicht, was wir hier noch machen sollen, außer halt den Schlüssel holen und irgendwie die Mechanik zum Laufen bringen und losfliegen. Das sieht echt richtig aus wie so eine Weltraumstation. Also ich weiß jetzt nicht unbedingt, wie eine Weltraumstation wirklich aussieht. Zufälligerweise war ich noch auf keiner. Das mag man wahrscheinlich kaum glauben, aber ich war da noch nie. So, was haben wir denn hier? Das Teil hier klemmt. Das Teil hier klemmt. Ach, da ist auf jeden Fall ein Schlüssel. Der kommt da rein. Das wollen wir doch mal direkt machen. Was ist das hier alles? Ah, ja. Okay, und was ist da drin? Eine Nadel? Das Teil hier klemmt. Das Teil hier klemmt. Was haben wir denn so? Wodka schrauben sie ja Metallschneider. Können wir hiermit irgendwas machen? Wahrscheinlich auch nicht. Wodka? Nö. Ah. Aha, okay. Verfahren abgebrochen. Zentrifuge leer. Blutprobe erforderlich. Ah. Blutprobe erforderlich. Verfahren abgebrochen. Ja, dann Kate. Fass doch mal da rein. Das ist doch eine Nadel. Oder sehe ich das jetzt falsch? Ähm. Ah, hä, 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 ich raff das hier gar nicht. Blutprobenapparat. Ja. Müssen wir hier vielleicht irgendwo noch Wodka reinkippen? Oder müssen wir das so machen und dann mit Kate benutzen? Nee, das funktioniert nicht. Blutprobenapparat. Blutprobenapparat. Das ist doch sinnlos, den rauszunehmen. Von wem brauchen wir denn Blut? Vielleicht von dem Typen, weil der Pilot ist? Wir können den reinsetzen, wir können den rausnehmen. Ja, okay. Dann würde ich sagen, gehen wir erstmal nochmal runter und reden mit dem. Vielleicht kann er uns jetzt behilflich sein. Aber das ist ja irgendwie eine Blutprobe von ihm. Er gibt ja auch keinen Sinn. Wie kommen wir denn hier zurück? Ach, da. Ja, supi. Eine Blutprobe von ihm ergibt ja auch keinen Sinn. Er sollte ja nur der Pilot sein. Und der, der da oben drin sitzt, ist ja nicht der Pilot. Der würde ja dann in dem Raumschiff sitzen. Also von wem ist die Blutprobe? Mal hinschauen. Nee, funktioniert nicht. Hallo. Dein Kopf. Ach, da. Zeppelin. Glauben Sie, dass der Zeppelin immer noch funktionstüchtig ist? Keine Ahnung. Er wurde schon so lange nicht mehr benutzt. Abgesehen davon weiß ich auch gar nicht, wie er funktioniert. Oh, das ist kein Problem. Er verfügt über einen automatischen Piloten. Sehen Sie ihn sich doch mal an. Hier ist der Schlüssel. Danke. Ja, das ist ja nett von dir. Gut, jetzt haben wir da schon mal wenigstens den Schlüssel. Ich frage aber trotzdem nochmal eben nach Hilfe. Besonders viele Fahrzeuge gibt. Als die machen, wenn ich ihn... Dann nochmal Missionen. Ich bin mit ihm zugemacht. Nee. Nee, er... Okay. Ich muss jetzt tun. Es hätte ja sein können, dass sie jetzt irgendwas zu der Blutprobe sagt. Aber nun ja. Äh, wo wollte ich hin? Zeppelin, genau. Zeppelin fliegen. Oder heißt das dann auch Zeppelin fahren? Weil das heißt auch Ballon fahren und nicht Ballon fliegen. Was im Übrigen auch keinen Sinn ergibt, aber... Ja, ist halt einfach so. Und der Automat hier drin ist bestimmt nicht mehr funktionstüchtig. Wir können uns hier nicht mal angucken. Wir können hier... Ach doch, wir können Hebel ziehen. Ja, Hebel sind immer toll. Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Es funktioniert hier wohl gar nichts. Ja. Schöne Sache. Schöne Sache. Nee. Ah, Moment. War da gerade irgendwas? War da nicht irgendwas? Nee, dann habe ich mir das eingebildet. Schraubenzieher. Metallschneider? Nö. Ja. Toll. Schöner Zeppelin. Ist ja bombastisch hier. Dann könnten wir jetzt nochmal versuchen, den ganzen Weg wieder zurück zu gehen. Man konnte ja noch... Als wir hier angekommen sind auf der Station, sind wir direkt zu dem Besoffenen da gegangen. Man konnte aber auch noch links rum, meine ich. Und da irgendwie eine Treppe hoch. Das werden wir doch jetzt mal machen. Ach, er ist auch wieder weg. Okay. Das hat doch bestimmt jetzt was zu bedeuten. Aber trotzdem gucke ich erstmal noch hier hinten. So, da nämlich. Da können wir doch bestimmt ganz nach oben. Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht. Hier funktioniert irgendwie gar nichts. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Klangwalze ist Quatsch. Das ist auch Quatsch. Von wem brauchen wir Blut? Verdammt. Gut, dann gehen wir halt wieder runter. Da hängt so eine Truhe. Aber sonst können wir hier auch nichts machen. Ja, dann jetzt nochmal zu dem Besoffski. Der sich jetzt wahrscheinlich hingesetzt hat, sich die Wodkaflasche genommen hat und sich mal wieder einen hinter die Binde gekippt hat. Und jetzt wieder total besoffen ist. Kate, rennst du mal bitte? Dankeschön. Das ist aber auch, ich weiß gar nicht, ob das so ein böses Vorurteil ist, dass die Russen nur Wodka saufen. Also, klar trinken Russen ja auch mal Wasser, ne? Ich war ja noch nie in Russland. Ist das echt so extrem, dass die da nur Wodka saufen? Oder immer schon relativ früh Wodka saufen? Scheiße, wo ist denn der Typ? Hey, wo bist du denn? Ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll. Ich stehe total auf dem Schlauch. Ist hier vielleicht noch was, was ich übersehen habe? Nein. Ja, dann weiß ich es auch nicht. Blutprobe. Blutprobe. Von wem? Und warum? Vielleicht? Doch, jetzt habe ich gerade eine Idee. Vielleicht ist Kate einfach eine feige Socke und muss erstmal einen Schluck Wodka trinken. Mach mal da von der Treppe ein bisschen weg. Und muss erstmal einen Schluck Wodka trinken, damit sie sich traut. Ne. Okay. Ihr wisst, was ich meine. Ich hätte jetzt gedacht, nur dann traut sie sich da mal den Finger reinzustechen in so eine kleine Nadel. Wo ist denn der Typ jetzt? Ach da, hey Junge. Komm mal her. Kannst du uns mal helfen? Es steht da jetzt auch einfach nur so rum. Ach, da sind sie ja. Ich habe sie gesucht. Es ist mir gelungen, den automatischen Piloten zu aktivieren, aber der Zeppelin will nicht abfliegen. Wissen Sie warum? Hm, vielleicht. Ich habe da so eine Idee, aber Sie sind doch in Mechanik ziemlich begabt. Habe ich recht? Oh ja, total. Ach, sagen wir mal, ich kenne mich dank meiner Reise jetzt ein bisschen aus. Besonders mit den erstaunlichen Mechanismen von Hans Vorarlberg. Ich möchte Ihnen einen Handel vorschlagen. Seit vielen Jahren lebe ich neben diesem verfluchten Abschussmechanismus. Und in meinem Hinterkopf habe ich immer noch den Wunsch, mir einmal einen Flug damit zu gönnen, bevor mich der Wodka dahin rafft. Aber was die Bedienung betrifft, verstehe ich nicht viel davon. Sie allerdings scheinen sich da auszukennen. Sie helfen mir mit dem Sterngleiter und ich verrate Ihnen das Geheimnis des Zeppelins. Nein, verstanden? Ja, warum nicht? Ich werde sehen, was ich für Sie tun kann. Ja, das ist ja ein super toller Deal, aber... Also, was machen Sie denn da? Ich tue mein... Entschuldigen Sie meine Unge... Ja, das ist eine super tolle Idee, aber von wem brauche ich die Blutprobe? Herr Boris, ich bräuchte mal ein paar Tropfen Blut von Ihnen. Ah. Wie bitte? Um die Zentrifuge in Gang zu setzen, verlangt die Maschine eine Blutanalyse des Piloten. Um zu den Sternen zu reisen, muss man bei guter Gesundheit sein. Verstehen Sie? Ich nehme Ihnen jetzt etwas Blut ab. Es wird nicht wehtun. Ich erfreue mich bester Gesundheit. Aber ein Soldat geizt nicht mit seinem Blut. Bitte. Danke, Herr Oberst. Nichts zu danken. Wenn der ständig säuft, dann ist er aber mit Sicherheit nicht bei bester Gesundheit. Und wenn diese... Ja, ist klar. Und wenn diese Maschine hier wirklich funktioniert, und es darum geht, dass der Pilot bei bester Gesundheit ist, dann wird die Maschine gleich sagen, nö, ist nicht. Weil der Typ ist total besoffen. Ich meine, Alkohol verschwindet ja nicht einfach so aus dem Blut. Und schon gar nicht, wenn man so oft säuft wie er. So, Blutprobenapparat da rein. Aha. Ähm, ja. Haha, Alkohol spiegelt hoch. Ich hab's mir gedacht. Ah, cool. Das ist ja witzig. Ja, dann muss Kate das machen. Auf jeden Fall. Yo. Ach, super. Okay, drehen. Ach, es geht schon los? Wie jetzt? Wie geil. Wie fühlen Sie sich? Sehr gut. Mir ist etwas schwindelig. Das bin ich gewöhnt. Ich bin ein erfahrener Pilot. Ach, das war ja cool. Einfach mal so da rumfliegen. Wie auf der Kirmes. Irgend so ein, irgendein Gerät. Geht ihr eigentlich gern auf die Kirmes oder in Freizeitparks? Und mit was fahrt ihr da am liebsten? Das würde mich ja mal interessieren. Ich glaube, Thema Freizeitparks hatten wir schon mal. Ich kann übrigens gerade nichts machen, weil der da zu seinem Gleit, Dingens läuft. Ja, klar und deutlich. Was geht doch? Ich bin bereit. Drücken Sie auf den Befehl zum Abschuss. Ach, cool. Ja, dann mal viel Spaß, ne? Tschüss. Ja. Eingeleitet. Start wurde eingeleitet. Countdown läuft. Ach, cool. Herr Oberst, Sie haben etwas vergessen. Das Geheimnis des Zeppelins. Was muss ich tun? Schnell! Zeppelin, Lenkbar, Verlust, Atten, Verlaten. Was? Was muss man? Okay, wir können auch gerade nichts machen. Aber hoffentlich kommt jetzt eine Sequenz, wo wir das sehen. Wie der losfliegt. Das war schön. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, null. Start. Äh, ja, das war ja jetzt, das war ja unglaublich spannend und sensationell gerade. Ich hab jetzt echt damit gerechnet, dass irgendwas Cooles kommt. Aber naja, gut. Wir sind also auf uns allein gestellt. Der Typ ist jetzt weg. Irgendwo fliegt er rum. Und der Zeppelin, ach, da liegt was. Der Zeppelin ist Lenkbar und das brauchen wir wahrscheinlich dafür. Und was ist das? Kate packt einfach alles ein. Eine Kurbel. Eine Kurbel. Ja, die könnten wir doch gebrauchen. Vielleicht... Moment, wir haben aber nur einen Hebel da. Aber da fällt jetzt auch nichts an, wo wir kurbeln könnten, also versuchen wir es einfach mal. Ob der Typ wohl jetzt auch wieder runterkommt? Der wird ja dann irgendwo... Ja gut, vielleicht kann er das Ding ja auch tatsächlich richtig fliegen. Das weiß ich jetzt nicht. So, Kurbel. Können wir die hier irgendwo anbringen? Ich hab grad überhaupt keinen Plan. Jetzt vielleicht nochmal einen Hebel ziehen? Das funktioniert wohl nicht. Das funktioniert wohl nicht.